Er fand den Kaiser, wie er betrübt und aufgebracht in seinem Zimmer hin und her ging, während Reinald von Dassel in einer Ecke wartete, dass er sich beruhigte. Nach einer Weile blieb Friedrich stehen, sah Baudolino in die Augen und sagte, Junge, du bist mein Zeuge. Ich mühe mich ab, die Städte Italiens unter ein einheitliches Gesetz zu stellen, aber jedes Mal muss ich wieder von vorne anfangen. Vielleicht ist mein Gesetz falsch. Wer sagt mir, ob mein Gesetz richtig ist? Darauf Baudolino, fast ohne zu überlegen, mein lieber Vater, wenn du so zu fragen anfängst, kommst du an kein Ende mehr. Dabei gibt es den Kaiser doch gerade deswegen. Er ist nicht Kaiser, weil er die richtigen Ideen hat, sondern die Ideen sind richtig, weil er sie hat. Und basta. Friedrich sah ihn verdattert an. Dann sagte er zu Reinald, dieser Junge sagt die Dinge besser als ihr alle. Wenn seine Worte jetzt noch in gutes Latein gesetzt wären, klängen sie ganz wunderbar. Quot principi, plaquit legis habet vigorem. Was dem Fürsten gefällt, hat Gesetzeskraft, sagte Reinald von Dassel. Ja, das klingt sehr weise und unumstößlich. Aber es müsste im Evangelium geschrieben stehen. Wie soll man sonst alle Welt dazu bringen, diese schöne Idee gut zu heißen? Wir haben ja gesehen, was in Rom passiert ist, sagte Friedrich. Wenn ich mich vom Papst salben lasse, akzeptiere ich damit, dass seine Macht größer ist als meine. Und wenn ich den Papst am Kragen packe und ihn in den Tiber werfe, gelte ich als eine Geißel Gottes, die nicht einmal ein Attila gut heißt. Wo zum Teufel finde ich jemanden, der meine Rechte definieren kann, ohne zu beanspruchen, dass er über mir steht. So jemanden gibt es in der ganzen Welt nicht. Vielleicht gibt es keine solche Macht, sagte Baudolino. Aber es gibt das Wissen. Wie meinst du das? Als Bischof Otto mir erklärte, was ein Studium ist, sagte er, dass diese Gemeinschaften von Meistern und Schülern aus eigener Kraft funktionieren. Die Schüler kommen von überall in der Welt gleichgültig, wer ihr Souverän ist. Und sie bezahlen ihre Meister, die daher nur von den Schülern abhängig sind. So läuft es bei den Magistern der Rechtswissenschaften in Bologna. Und so läuft es jetzt auch in Paris, wo die Magister zuerst in der Kathedralenschule lehrten und nun daher vom Bischof abhängig waren. Aber dann sind sie eines schönen Tages auf den Berg der heiligen Genoveva gezogen und dort suchen sie nun nach der Wahrheit und Lehren, ohne dabei auf den Bischof oder den König zu hören. Wenn ich ihr König wäre, würde ich sie schon lehren. Aber angenommen, es wäre so. Es wäre so, wenn du ein Gesetz machtest, in dem du die anerkennst, dass die Magistres von Bologna wirklich unabhängig von jeder anderen Macht sind, sowohl von dir wie vom Papst, wie von jedem anderen Souverän, allein dem Recht verpflichtet. Sobald sie mit dieser Würde ausgestattet sind, die auf der Welt einzigartig ist, werden sie erklären, dass, gemäß der Vernunft, der Natur und der Tradition, das einzige Recht nur das Römische ist und der einzige, der es repräsentiert, der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und das natürlich, wie es Herr Reinald so schön gesagt hat, Quod Principi, Plaquid Legis Habet Vigoren. Und warum sollten sie das sagen? Weil du ihnen dafür das Recht gibst, es sagen zu dürfen. Und das ist nicht wenig. So bist du zufrieden, und sie sind zufrieden. Und wie mein Vater Gagliaudo immer sagte, ihr beide sitzt in einer Tonne aus Eisen. Sie werden nicht bereit sein, so etwas zu tun, murmelte Reinald. Oh doch, erwiderte Friedrich. Ich sage dir, sie werden bereit sein. Allerdings müssen sie zuerst diese Erklärung abgeben und erst dann gebe ich ihnen die Unabhängigkeit. Sonst würden alle denken, sie hätten es als Gegenleistung für eine Gabe von mir getan. Also ich denke, wenn jemand sagen will, dass ihr euch abgesprochen habt, dann wird er es trotzdem sagen, kommentierte Baudolino skeptisch. Aber ich möchte den sehen, der sich zu sagen getraut, dass die Doktoren in Bologna keinen Pfüffeling wert seien, nachdem sogar der Kaiser hingegangen ist, um sie demütig nach ihrer Meinung zu fragen. Von diesem Moment an ist ihr Wort das Evangelium. So verlief die Sache dann wirklich, noch im selben Jahr in Roncaglia, wo zum zweiten Mal ein großer Reichstag stattfand. Für Baudolino war es zunächst ein großes Spektakel. Wie Rahevin ihm erklärte, damit er nicht dachte, es sei alles nur ein Zirkusspiel mit überall knatternden Fahnen, Wappen, bunten Zeltenhändlern und Gauklern, hatte Friedrich auf dem linken Ufer des Po ein typisches römisches Lager errichten lassen, um daran zu erinnern, dass seine Würde aus Rom kam. In der Mitte dieses Lagers stand das kaiserliche Zelt wie ein Tempel und wie ein Kranz umgaben es die Zelte der Lehnsherren, Vasallen und Valvasoren. Bei Friedrich befanden sich der Erzbischof von Köln, der Bischof von Bannberg, Daniel von Prag, Konrad von Augsburg und andere mehr. Am rechten Poufer lagerten die Italiener, der Gesandte des Apostolischen Stuhls, der Patriarch von Aquileia, der Erzbischof von Mailand, die Bischöfe von Turin, Alba, Ivrea, Asti, Novara, Vercelli, Tortona, Pavia, Como, Lodi, Cremona, Piacenza, Reggio, Modena, Bologna und Gott weiß wer noch. Als Präses dieser majestätischen und wahrhaft universalen Versammlung eröffnete Friedrich die Debatte. Um es kurz zu machen, sagte Baudolino, denn er wollte Nicetas nicht mit den Weisterwerken der kaiserlichen, rechtswissenschaftlichen und kirchlichen Redekunst langweilen. Vier Doktoren aus Bologna, die berühmtesten Schüler des großen Irnerius, waren vom Kaiser gebeten worden, eine unanfechtbare Lehrmeinung über seine Machtbefugnisse abzugeben und drei von ihnen, Bulgarus, Jakopus und Hugo von Portaraveniana, hatten sich so geäußert, wie Friedrich es wollte, nämlich das Recht des Kaisers aus dem römischen Recht abgeleitet. Anderer Ansicht war lediglich ein gewisser Martinus. Dem Friedrich dann wohl die Augen ausstechen ließ, kommentierte Nicetas. Aber nein, nicht doch, erwiderte Baudolino. Ihr Romäer stecht diesem und jenem die Augen aus und versteht nicht mehr, wo das Recht ist, weil ihr euren großen Justinian vergessen habt. Gleich darauf verkündete Friedrich die Constitutio Habita, womit er die Autonomie der Rechtsschule von Bologna anerkannte. Und wenn die Rechtsschule autonom war, konnte Martinus sagen, was er wollte. Und nicht einmal der Kaiser hätte ihm deswegen ein Haar krümmen können. Denn wenn er es getan hätte, wären die Doktoren ja nicht mehr autonom gewesen. Und wenn sie nicht autonom wären, hätte ihr Urteil keinerlei Wert und Friedrich liefe Gefahr, als Usurpator zu gelten. Ausgezeichnet, dachte Nicetas. Dieser Baudolino will mir zu verstehen geben, er habe faktisch das Reich begründet und seine Macht sei so groß, dass er einen beliebigen Satz bloß auszusprechen brauchte, schon werde er wahr. Hören wir uns den Rest an. In der Zwischenzeit hatten die Genueser einen Korb mit Obst hereingebracht, denn es war Mittag geworden und Nicetas musste sich ein wenig stärken. Sie hatten gesagt, dass die Plünderung weitergehe, weshalb es besser sei, noch im Hause zu bleiben. Baudolino erzählte weiter. Friedrich kam also zu dem Schluss, wenn ein noch fast bartloser Jüngling, erzogen von einem Trottel wie Rahevin, schon so scharfsinnige Ideen hatte, was würde dann erst aus ihm werden, wenn man ihn wirklich zum Studieren nach Paris schickte? Er umarmte ihn väterlich und empfahl ihm, ein wirklicher Gelehrter zu werden, nachdem er selbst wegen der Regierungsgeschäfte und der militärischen Unternehmungen nie die Zeit gehabt habe, sich gebührend zu bilden. Die Kaiserin gab ihm zum Abschied einen Kuss auf die Stirn. Wir stellen uns Baudolinos Entzücken vor und sagte zu ihm, denn diese wunderbare Frau konnte, obwohl sie eine große Dame und Kaiserin war, auch lesen und schreiben. Und schreib mir gelegentlich, berichte mir, wie es dir geht und was du so treibst. Das Leben ist kurz und eintönig. Deine Briefe werden mir ein Trost sein. Ich werde schreiben, ich schwöre es, versicherte Baudolino mit einer Inbrunst, die die Umstehenden hätte stutzig machen müssen. Aber niemand fasste einen Verdacht. Wen wundert schon die Erregtheit eines Jünglings, der im Begriff ist, nach Paris zu gehen, außer vielleicht Beatrix selbst. Tatsächlich sah sie ihn an, als sähe sie ihn zum ersten Mal, und ihr milchweißes Antlitz überzog sich mit einer plötzlichen Röte. Doch Baudolino hatte bereits mit einer Verbeugung, die ihn zwang, zu Boden zu blicken, den Saal verlassen. Kapitel 6 Baudolino geht nach Paris Baudolino kam ein bisschen verspätet nach Paris, denn in jene Schulen trat man damals nicht selten noch vor dem 14. Lebensjahr ein, und er war schon zwei Jahre älter. Aber er hatte bei Otto so viel gelernt, dass er sich erlaubte, nicht alle Vorlesungen zu hören, um lieber anderes zu tun, wie wir gleich sehen werden. Er war mit einem Gefährten aufgebrochen, einem Ritterssohn aus Köln, der es vorgezogen hatte, sich anstelle des Kriegshandwerks den freien Künsten zu widmen, nicht ohne den Unmut seines Vaters zu erregen, aber unterstützt von seiner Mutter, die seine Gaben als frühreifer Dichter so unermüdlich und hochtönend pries, dass Baudolino seinen richtigen Namen, falls er ihn je erfahren, vergessen hatte. Er nannte ihn den Poeten, und so taten es später auch alle anderen, die ihn kennenlernten. Baudolino fand bald heraus, dass der Poet in Wahrheit noch nie ein Gedicht geschrieben hatte, sondern immer nur verkündete, dass er es zu tun gedenke. Da er jedoch sehr gekonnt, die Gedichte anderer vorzutragen verstand, war auch sein Vater am Ende überzeugt, dass der Junge ein Musensohn sei und hatte ihn ziehen lassen, ohne ihm allerdings mehr als das Nötigste mitzugeben, da er der irrigen Meinung war, dass wenige, was zum Leben in Köln genügte, werde auch für Paris vollauf genügen. Kaum angelangt konnte Baudolino es gar nicht erwarten, dem Wunsch der Kaiserin zu gehorchen und schrieb ihr mehrere Briefe. Anfangs glaubte er noch, dass seine glühende Leidenschaft dadurch ein wenig gemildert würde, aber bald wurde ihm bewusst, wie schmerzlich es war, ihr zu schreiben, ohne ihr sagen zu können, was er wirklich empfand. Er schrieb ihr perfekte und liebenswürdige Briefe, in denen er Paris schilderte, eine Stadt, die schon damals reich an schönen Kirchen war, in der man eine prickelnde Luft atmete, deren Himmel weit und heiter war, außer wenn es regnete, was aber nur ein bis zweimal am Tag geschah, weshalb sie für einen, der aus dem fast immerwährenden Nebel kam, als ein Ort immerwährenden Frühlings erschien. Es gab einen gewundenen Fluss mit zwei Inseln darin, das Wasser war köstlich zu trinken und gleich vor den Mauern erstreckten sich balsamisch duftende Orte, zum Beispiel eine Wiese nahe der Abtei von Saint-Germain, wo man herrliche Nachmittage beim Ballspiel verbringen konnte. Er schilderte auch seine Mühen in den ersten Tagen, als es darum ging, ein Zimmer für sich und seinen Gefährten zu finden, ohne sich von den Vermietern um seine ganze Barschaft bringen zu lassen. Für teures Geld hatten sie schließlich einen ausreichend großen Raum gefunden, Möbliert mit einem Tisch, zwei Bänken, Regalen für die Bücher und einer Truhe. Zum Schlafen gab es ein hohes Bett mit einer Pflaumendecke aus Straußenfedern und ein niedriges Aufrollen mit einer Pflaumendecke aus Gänsefedern, das tagsüber unter das Hohe geschoben wurde. Der Brief verschwieg, dass die beiden Zimmergenossen, was die Verteilung der Betten anging, nach kurzem Zögern beschlossen hatten, jeden Abend mittels einer Schachpartie um das bequemere Bett zu spielen. Denn Schach galt am Hof als ein nicht sehr empfehlenswertes Spiel. Ein anderer Brief berichtete, dass sie morgens zu sehr früher Stunde aufstehen mussten, denn die Vorlesungen begannen um sieben und dauerten bis zum späten Nachmittag. Mit einem schönen Stück Brot und einem Becher Wein bereitete man sich darauf vor, den Magistern in einer Art Stall zu lauschen, wo man am Boden auf einer dünnen Lage Stroh saß und es kälter als draußen war. Beatrix war gerührt und empfahl, nicht mit dem Wein zu sparen, sonst fühle ein junger Mann sich den ganzen Tag flau im Magen und sich einen Diener zu nehmen, nicht nur, damit er die schweren Bücher trage, die selber zu tragen sich für eine Person von Rang nicht schicke, sondern auch, damit er Holz kaufe und rechtzeitig den Kamin im Zimmer anheize, sodass es am Abend schön warm sei. Und für all diese Ausgaben schickte sie 40 Susanner Solidi, eine Summe, die ausreichte, um einen Ochsen zu kaufen. Der Diener wurde nicht genommen und das Holz nicht gekauft, da die beiden Federbetten durchaus für die Nacht genügten und das Geld wurde vernünftiger ausgegeben, da man die Abende in Tavernen verbrachte, die sehr gut geheizt waren und es erlaubten, nach einem Tag voll anstrengender Studien neue Kräfte zu sammeln, indem man Becher lehrte und den Kellnerinnen in den Hintern kniff. Außerdem konnte man sich an jenen Orten fröhlicher Labung, zum Beispiel im silbernen Schild, im eisernen Kreuz oder in den drei Kandelabern, zwischen einem Schluck und dem anderen mit Schweine- oder Hühnerpasteten, zwei Täubchen oder einer gebratenen Gans erquicken und wenn man ärmer war, mit einem Teller Kutteln oder Hammelfleisch. Baudolino half dem mittellosen Poeten, nicht bloß von Kutteln zu leben, doch der Poet war ein kostspieliger Freund, denn die Menge Weines, die er vertrug, ließ den Susanner Ochsen zusehends abmagern. Diese Details überspringend berichtete Baudolino so dann von seinen Lehrern und den schönen Dingen, die er bei ihnen lernte. Beatrix war sehr empfänglich für diese Offenbarungen, die ihr erlaubten, ihren Wissenssturz zu stillen und so las sie mit großer Aufmerksamkeit diese Briefe, in denen Baudolino ihr von Grammatik, Dialektik und Rhetorik erzählte, von Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie. Doch Baudolino fühlte sich immer niederträchtiger, denn er verschwieg ihr nicht nur, was sein Herz bedrängte, sondern auch alles andere, was er tat und was man weder einer Mutter noch einer Schwester erzählen konnte, weder einer Kaisernin noch gar der geliebten Frau. Erstens spielten sie häufig Ball, was zwar an sich harmlos wäre, aber dabei kam es oft zu Raufereien mit den Leuten der Abtei von Saint-Germain oder auch zwischen Studenten verschiedener Herkunft, zum Beispiel denen aus der Picardie und denen aus der Normandie und dann beschimpfte man sich auf Lateinisch, damit auch jeder richtig verstand, dass und wie er beleidigt wurde. Lauter Dinge, die dem Grand Prévost von Paris nicht gefielten, weshalb er seine Bogenschützen losschickte, um die Hitzigsten zu verhaften, versteht sich, dass die Studenten an diesem Punkt ihre Differenzen vergaßen und sich alle gemeinsam gegen die Bogenschützen wandten. Niemand in der Welt war jedoch korrupter als die Bogenschützen des Prévost von Paris und so mussten jedes Mal, wenn ein Student verhaftet wurde, alle in die Taschen greifen, um ihn wieder freizubekommen. Das aber machte die Pariser Vergnügungen noch kostspieliger. Zweitens wird ein Student, der keine amorösen Affären hat, von seinen Gefährten verspottet. Leider jedoch waren Frauen das am schwersten Erreichbare für einen Studenten in Paris. Studentinnen gab es nur sehr wenige und man hörte noch immer Legenden von der schönen Eloise, die ihren Geliebten den Verlust seiner Pupdenda gekostet hatte. Auch wenn es eine Sache war, Student zu sein, also per Definitionen anrühchig und bloß geduldet, und eine andere Professor zu sein, wie der große und vom Unglück verfolgte Abelard, mit käuflicher Liebe ließ sich dem Mangel nicht sehr weit abhelfen, denn sie war teuer und so musste man sehen, dass man da und dort eine Bedienung im Wirtshaus oder ein Mädchen im Viertel bezirzte. Aber im Viertel gab es immer mehr Studenten als Mädchen. Es sei denn, man verstand es, mit lässiger Miene und keckem Blick auf der Ile de la Cité umherzuspazieren und Damen der guten Gesellschaft zu verführen. Sehr begehrt waren Gattinnen jener Metzger der Plaste Gräf, die nach einer ehrenvollen Berufskarie nicht mehr eigenhändig schlachteten, sondern den Fleischmarkt beherrschten und wie Herren auftraten. Mit einem Gatten zur Seite, der als junger Mann Rinderviertel geschleppt und in fortgeschrittenem Alter einen gewissen Wohlstand erlangt hatte, waren die Damen empfänglich für den Charme der stattlicheren Studenten, umso mehr je jünger diese waren. Aber die besagten Damen kleideten sich in pompöse Gewänder, geschmuckt mit Pelzen, silbernen Gürteln und Juwelen, wodurch es auf den ersten Blick schwierig war, sie von den Luxusprostituierten zu unterscheiden, die es wagten, obwohl die Gesetze es ihnen verboten, sich in derselben Weise zu kleiden. Dadurch waren die Studenten peinlichen Missverständnissen ausgesetzt, derenetwegen sie dann von ihren Freunden gehänselt wurden. Hinzu kam, wenn es einmal gelang, eine wirkliche Dame zu erobern oder gar ein noch unbescholtenes junges Mädchen, so merkte es früher oder später der Gatte oder der Vater, es kam zu Handgreiflichkeiten, wenn man nicht gar zu den Waffen griff. Das Ergebnis war manchmal ein Toter und oft ein Verletzter. Meist war es der Gatte oder der Vater und dann gab es wieder Ärger mit den Bogenschützen des Prévost. Baudolino hatte nie jemanden umgebracht und gewöhnlich hielte er sich auch von den Schlägereien fern, aber mit einem Gatten und Metzger hatte er es zu tun bekommen. In Liebe erglüht, aber vorsichtig in den Dingen des Krieges hatte er, als der Gatte plötzlich hereinkam, in der Hand einen jener Fleischerhaken, mit denen man die geschlachteten Tiere aufhängt, sogleich aus dem Fenster zu springen versucht. Doch während er noch die Höhe abschätzte, fing er sich rechtzeitig vor dem Absprung einen Hieb ein, der seine Wange für immer mit einer Narbe zierte, die eines Kriegsmannes würdig gewesen wäre. Im Übrigen geschah es auch nicht alle Tage, dass man weniger vornehme Damen eroberte. Es verlangte geduldiges Warten zum Schaden der Vorlesungen und ganze Tage auf der Lauer am Fenster, wobei naturgemäß Langeweile aufkam. Wurde diese zu groß, gab man die Verführungsträume auf und goss Wasser auf die Passanten oder beschoss die Damen durch ein Blasrohr mit Erbsen oder rief den vorbeigehenden Magistern Spottnamen nach. Und wenn diese sich dann empörten, verfolgte man sie in Grüppchen bis zu ihrem Haus und warf Steine an ihre Fenster, denn die Studenten waren ja schließlich diejenigen, die sie bezahlten und hatten daher gewisse Rechte. Baudolino war faktisch dabei, Niketas zu erzählen, was er Beatrix verschwiegen hatte, nämlich, dass er sich anschickte, einer jener Scholaren zu werden, die in Paris die Artes Liberales studierten oder in Bologna die Jurisprudenz oder in Salerno die Medizin oder in Toledo die Magie, die aber nirgendwo lernten, wie man sich wohlgesittet benahm. Niketas wusste nicht recht, ob er sich darüber empören, wundern oder amüsieren sollte. In Byzanz gab es nur private Schulen für Söhne wohlhabender Familien. Man lernte dort ab dem zartesten Kindesalter Grammatik und las fromme Schriften sowie die Meisterwerke der Klassiker. Ab dem elften Lebensjahr studierte man Poesie und Rhetorik, um zu lernen, Texte nach den literarischen Vorbildern der Antike zu schreiben. Und je seltener die Begriffe waren, die man verwendete, je komplexer die syntaktischen Strukturen, desto mehr galt man als geeignet für eine leuchtende Zukunft in der kaiserlichen Verwaltung. Danach aber wurde man entweder Gelehrter in einem Kloster oder man studierte bei Privatlehrern Dinge wie Recht oder Astronomie. Aber man studierte ernsthaft, anders als in Paris, wo die Studenten offenbar alles Mögliche trieben, bloß nicht studieren. Baudolino korrigierte ihn. So kann man das nicht sagen. In Paris wurde hart gearbeitet. Zum Beispiel nahm man nach den ersten Jahren bereits an Disputen Teil. Und im Disput lernt man, Einwände vorzutragen und zu einer Determinatio zu gelangen. Das heißt, zur definitiven Lösung einer Frage. Und du darfst auch nicht meinen, die Vorlesungen seien das Wichtigste für einen Studenten und die Taverne sei nur ein Ort, wo man seine Zeit vertut. Das Schöne am Studium ist, dass man zwar auch von den Magistern lernt, aber mehr noch von den Mitstudenten, besonders den Älteren, wenn sie dir erzählen, was sie gelesen haben und du entdeckst, dass die Welt voll wunderbarer Dinge sein muss, die du alle kennenlernen möchtest, wozu dir jedoch, da das Leben zu kurz ist, um in alle Länder der Erde zu reisen, gar nichts anderes übrig bleibt, als alle Bücher zu lesen. Baudolino hatte schon viele Bücher bei Otto gelesen, doch er hätte sich niemals träumen lassen, dass es so viele auf der Welt geben könnte, wie in Paris. Sie waren nicht für jedermann zugänglich, aber sein guter Stern oder vielmehr sein fleißiger Besuch nicht nur der Tavernen, sondern auch der Vorlesungen führte ihn mit Abdul zusammen. Um dir zu erklären, Kyrios Niketas, was Abdul mit den Bibliotheken zu tun hatte, muss ich einen Schritt zurückgehen. Also eines Morgens, während ich eine Vorlesung hörte, wie immer auf, meine Finger hauchend, um sie zu wärmen und mit frierenden Hintern, denn das Stroh schützte wenig vor dem kalten Boden, der eisig war wie ganz Paris in jenen Wintertagen, beobachtete ich unweit von mir einen Jungen, der seiner Hautfarbe nach ein Sarazene zu sein schien, aber er hatte rotes Haar, was bei den Mauren nicht vorkommt. Ich weiß nicht, ob er der Vorlesung folgte oder seinen Gedanken nachhing. Jedenfalls ging sein Blick ins Leere. Ab und zu zog er schuddernd seine Kleider um sich zusammen, dann starrte er wieder vor sich hin und manchmal kritzelte er etwas auf seine Tafel. Ich reckte den Hals und sah, dass es zum Teil jene Fliegendreck Krakel waren, die das arabische Alphabet darstellen und zum Teil eine Sprache, die Latein zu sein schien. Es aber nicht war. Und mich sogar ein wenig an die Dialekte meiner Heimat erinnerte. Kurz und gut, am Ende der Vorlesung sprach ich ihn an. Er reagierte sehr freundlich, als ob er sich schon lange gewünscht hätte, jemanden zu finden, mit dem er sprechen konnte. Wir machten einen Spaziergang am Fluss entlang und er erzählte mir seine Geschichte. Er hieß also Abdul, ganz wie ein Maurer, aber seine Mutter stammte aus Hibernia und das erklärte sein rotes Haar, denn alle, die von jener abgelegenen Insel im hohen Nordwesten kommen, haben diese Haarfarbe und stehen im Ruf, bizarr und verträumt zu sein. Der Vater war Provenzale aus einer Familie, die sich nach der Eroberung Jerusalems vor 50 Jahren in Übersee niedergelassen hatte. Wie Abdul zu erklären versuchte, hatten diese noblen Franken in den Reichen jenseits des Meeres die Sitten und Gebräuche der von ihnen eroberten Völker übernommen. Sie schmückten sich mit Turbanen und anderen Türkerien, sie sprachen die Sprache ihrer Feinde und es fehlte nicht viel, dass sie auch die Vorschriften des Korans befolgten. So kam es, dass ein zur Hälfte hibernischer Junge mit rotem Haar den Namen Abdul trug und ein braungebranntes Gesicht hatte, braungebrannt von der Sonne Syriens, unter der er geboren war. Er dachte auf Arabisch und auf Provenzalisch erzählte er sich die alten Sagen der eisigen Nordmeere, die er von seiner Mutter gehört hatte. Baudolino hatte ihn gleich gefragt, ob er nach Paris gekommen sei, um wieder ein guter Christ zu werden und so zu sprechen, wie es sich für ein wohlerzogenes Menschlein gehörte, also in gutem Latein. Doch über die Gründe, warum er nach Paris gekommen war, blieb Abdul recht zurückhaltend. Er deutete lediglich an, dass ihm etwas widerfahren sei, etwas Beunruhigendes offenbar, eine Art schreckliche Prüfung, der er noch als Kind unterzogen worden sei, wonach seine Eltern beschlossen hätten, ihn nach Paris zu schicken, um ihn einer Blutrache zu entziehen. Während er davon sprach, verdüsterte sich sein Blick, er errötete, soweit ein Maure erröten kann, seine Hände zitterten und Baudolino beschloss, das Thema zu wechseln. Der Junge war intelligent, schon nach wenigen Monaten in Paris sprach er sowohl Latein als auch die lokale Volkssprache. Er wohnte bei einem Onkel, der Canonicus in der Abtei von San Victor war, einer der Pilgerstätten des Wissens in jener Stadt und vielleicht in der ganzen christlichen Welt, mit einer Bibliothek, die reicher war als die von Alexandria und so erklärt sich, dass in den folgenden Monaten durch Abduls Vermittlung auch Baudolino und der Poet Zugang zu jenem Hort der universalen Gelehrtheit bekamen. Baudolino fragte Abdul, was er sich während der Vorlesung notiert hatte und sein neuer Freund sagte, in arabischer Sprache habe er sich gewisse Dinge notiert, die der Magister zur Dialektik geäußert habe, denn das Arabische sei zweifellos Die anderen Notizen seien provenzalisch gewesen. Er wollte zuerst nicht darüber sprechen und sträubte sich eine Weile, aber im Ton und mit der Miene dessen, der weiter gebeten werden will, und schließlich übersetzte er einige Zeilen. Es waren Verse und sie lauteten ungefähr O meine Liebe in fernem Land, deinetwegen leidet mein Herz und ich finde keine Arznei, es sei denn, ich schreibst du Gedichte? fragte Baudolino. Ich singe Lieder, ich singe, was ich empfinde, ich liebe eine ferne Prinzessin. Eine Prinzessin? Wer ist sie? Das weiß ich nicht, ich habe sie gesehen oder vielmehr nicht wirklich, aber es ist, als hätte ich sie gesehen, während ich im heiligen Land einer Prüfung, äh, also entflammt und ich schwor ihr ewige Liebe. Ich beschloss, ihr mein Leben zu weihen. Vielleicht werde ich ihr eines Tages begegnen, aber ich habe Angst davor, dass es wirklich geschieht. Es ist so schön, sich nach einer unmöglichen Liebe zu verzehren. Baudolino wollte schon Bravo, Schlauberger, sagen, wie sein Vater Gagliaudo immer sagte, aber da fiel ihm ein, dass auch er sich nach einer unmöglichen Liebe verzerrte, obwohl er Beatrix ohne Zweifel gesehen hatte und ihr Bild ihn in schlaflosen Nächten verfolgte und das Schicksal des armen Abdul dauerte ihn. So begann eine schöne Freundschaft. Noch am selben Abend erschien Abdul im Zimmer Baudolinos und des Poeten mit einem Instrument, das Baudolino noch nie gesehen hatte. Ein mandelförmiges Ding mit vielen Seiten und während er sanft diese Seiten zupfte, sang er in provenzalischer Sprache. Quann lorius de la Fontana ses clarsis sicum far sol e par la flors aglentina el rosignoles el ram volve refrang et aplana son sondos chantare ta fina tre Deinem Ruf mit der Last süßer Liebe In einen Garten hinter einen Vorhang Mit einer begehrten Gefährtin. Keinen Tag kann ich dir nahe sein, Wen wundert's, dass ich entflamme? Nie gab es eine schönere Christin, Noch eine Jüdin, noch Sarazenin, Denn Gott hat es nicht gewollt, Und mit Manna ist wohl versorgt, Wer nur ein wenig von deiner Liebe gewinnt. Mein Herz hört nicht auf zu begehren, Dich, die ich am innigsten liebe, Und ich glaube, mein Wollen naht mich, Meine Begierde verdunkelt die Sonne, Denn stechender als ein Dorn Ist der Schmerz, der die Liebeslust heilt, Drum soll man mich nicht beweinen. Die Melodie war süß, die Akkorde weckten Unbekannte oder schlummernde Leidenschaften, Und Baudolino dachte an Beatrix. Herr im Himmel, seufzte der Poet, Warum kann ich nicht so schöne Verse schreiben? Ich will kein Dichter werden, Ich singe nur für mich, das genügt. Wenn du sie haben willst, schenke ich sie dir, sagte Abdul großmütig. Oh ja, antwortete der Poet, Und wenn ich sie dann ins Deutsche übersetze, Klingen sie schrecklich fade. Abdul wurde der Dritte in ihrem Bunde. Und immer, wenn Baudolino versuchte, nicht an Beatrix zu denken, Nahm dieser verdammte Maure mit rotem Haar sein vermaledeites Instrument zur Hand Und sang Lieder, die Baudolino das Herz zerspringen ließen. Und wenn Baudolino das Herz zerspringen ließen, Und wenn Baudolino das Herz zerspringen ließen, Und wenn Baudolino das Herz zerspringen ließen, dann leben beim pisserinnen und 먹고 studen ließen und proben 이ражungen.